herzlich willkommen zurück zu trails into reverie wir sind im reverie corridor unterwegs und zwar im zweiten stratum haben wir den midpoint erreicht das heißt ich würde sagen ja die phase nicht lange umher sondern fangen direkt an legen direkt los und ja machen die zweite hälfte von diesem teil ich bin gespannt was uns hier wartet dachte ich mir fast also im ersten stratum hat man es ja auch so dass wir erst in diesem raum drin waren und hinterher wort es dann offener und hier scheint es genauso zu sein bin ich nicht übel neue gegner nachgott erst weg 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 genau drehe ich um und los juna hatte ich reingenommen aber vorbei doch können wir lassen juna soll nur ein bisschen ein bisschen leveln da hielt ich das für eine gute idee sie mitzunehmen jetzt können wir mal den großen und jetzt einen kleinen gut zero craft ich mach lieber das von ihr ja so Ich wollte hier mal schauen, Second Stratum, gut, denn Benno Nucleus, der hat sich da noch reingefügt, ja, gut, gut, gut. Also da wir bis zu den Holos alle haben, schätze ich mal, aus der ersten Hälfte haben wir alle, weil das waren ja die Bosse. Das heißt, hier in der zweiten Hälfte, gut, das ist doch eine gute Voraussetzung. Sehr gut. Uh, das ist gerade nochmal gut gegangen. So, die haben wir schon, ne? Yes, okay. Search Mode Activate. Details Procured. It's my turn. You can't escape. Fire! I shall go. Shah! A chance! Let us settle this for good. Understood! Yes, yes! Shah! Huh? Ah! You all kept up quite nicely. I continue to impress even myself. Hier, da ist so ein komisches Harpien-Ding. Oh, wo geht's denn hier weiter und wo? Hä? Hm, gehen wir erstmal da lang. Wenn die beiden sich umdrehen. Ich kann jetzt mit ihr hier wieder wieder rumlaufen. Sie kann ja schießen, was ja ganz nice ist. Hört mich gesehen, verdammt. So. Ha! Nice! Die hat aber auch ne Reichweite. Engaging. Hm. So, es ist auf mich, hm? Ha! More enemies. Let's go. Uh. Titanias. Okay. Brins and Flags! Engaging. Search mode activate. Scan complete. I shall go. I do believe I'll help myself. Help me. Ich mag den Angriff. Ich mag den Angriff. Stats updated. Try Key 2. Nice, nice. We're asking for trouble, it seems. Oh boy. This one may prove amusing. Let's go. So, schauen wir mal. Book Ganon. Ha! It's down! My! My turn. Search mode activate. Scan complete. Here I go. So, it's on me, hm? Hmm. Go preserve! Infernal Hunt! Mach mal das mal so. I'm rather worked out. Don't you believe I'll help myself? Come on. How refreshing. Now! Donovan! Engaging. Das gefällt mir gerade gar nicht, dass der... ...sein... ...dass er diesen Deathblower bekommt. Oh Gott. Oh. Ich lege mal einen Zwischenwerfer. Machen wir das so. Ah, das war's schon. Das ist die Macht der 8 Leaves. Nice! Ein blue Ceiling Stone. Wo kommt der her? War dem schon da? Wäre ja smart wahrscheinlich mit ihm einfach jetzt so einen Eingreifen nochmal rauszuholen, oder? Ein bisschen CP und BP auffüllen. Das ist das. Das ist das. Okay. Okay. Okay, wow. Okay. 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 Achso. Ephemeral. Und Soothing. Ephemeral Plateau und Soothing Tundra. Jeweils. Mit noon und das eine mit evening, das andere mit night. Okay. Okay. This side ain't half man. Interesting. Mal heilen. 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 lasst ein leben bitte danke man muss noch gescannt werden sehr schön ich glaube der gab gute xp battle wins one fulfilled eine new master mission wurde geaddet immer mal klar immer die green raccoons jetzt jetzt so stelle ich mir das vor mit dem mit den linken tags so muss das sein was soll ich gerade nachgucken ich habe es gerade schon wieder vergessen war deswegen schnell ich weiß nicht vielleicht komme ich noch mal drauf vielleicht kann ich auch mal die die waffen upgraden irgendwann mal schauen was haben wir eigentlich so ich wollte wegen augments schauen wir haben doch ich glaube eins von dem was kagora bekommen genau der von adf plus 600 das ist schon ordentlich jetzt kann ich einen slot rein egal ok aber hier vielleicht noch nicht die hat nur level 2 slots ja ok nevermind kümmern wir uns mal um den ja Huh? Double Kitty Kick. Jetzt! Komm, Kind! Entstanden! Ich bin auf! Jetzt! Jetzt! Mein! Ich gehe. Wir gehen. Search Mode aktiviert. Details verkauft. Gift gestorben. Battle complete. Let's continue. Aha. Schau mal erstmal weiter hier. Wir wollen irgendwelche roten Strähle reingehen. Also nochmal Witchcats. Okay. Let's go. Cut through. Down, let's go everyone. sehr gut gut klatsch ertina auch nie wofür 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 aber immer heller mit wir können ja auch schon das heißt wir können jetzt einfach vorbei ich glaube ich würde gerne extra breaker 2 sehen ja nice ok das bringt mich bestimmt runter oder auf die untere ebene ok ah da ist ja noch der ausgang ist das ein golden pomme oder sowas tatsache auch ein golden pomme und dann kann ich hier drei treffen nein okay kann ich aber ja mach mal drei sehr gut sehr gut ja 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 sind mehr pommes diesmal sind es normale pommes so die ich glaube ich mache es normal hm hat ja gut funktioniert nice 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 Ja, sonst haben wir noch einen Gegner. Ist nur so einer. Nein, damit treffe ich nicht alle. Nein, damit auch nicht. Okay, dann. Danke, wir auch das machen. Gebt dir auch eine Trophy dafür, dass man Schwachstellen und Gegnern ausnutzt, was Zaubern angeht. Hot Springs. Nur diejenigen, die echt alle anderen was haben dann noch was an. Die tauchen aber nie auf, ja? Tja, kein Hot Spring für Rosalia. Okay, dann sind wir beim Ausgang. Das war doch mal eine nette Detour. Ist das alles hierzu? Ne, ne? Ne, Dreamer und Hill sind extra. Ah, okay. Ah, ich bin einmal rum. Sehr schön. Ah, da geht's weiter. Gut. In dem Fall muss ich hier nochmal lang. Oh, die Harpy kenne ich schon. Echt? Kurios. Okay. Okay. Ich check nochmal, aber... Oh ja, ich kenne ich schon. Ich bin total irritiert. Aber okay. Okay. Now! Got her! Here I go! Go full tilt! Smash! Nice! We did it! Da, da! Locked and loaded! Huh? Green only! Green only! Gut, dann sind wir jetzt aber hier durch, ne? Seht jedenfalls so aus. Okidoki. Nächste Ebene. Ich bin gespannt, ob wir diesmal alle... Alle Dingens kriegen. Alle Sealing Stones. Ich fehlen noch zwei rote. Hier fehlt ja auch noch ein blauer, aber da hatte ich alles erkundet. Das heißt, da müsste ich wahrscheinlich erstmal das ganze Ding resetten und dann nochmal da rein und das durchsuchen. Da! Da! I can hear me! You're quite unlucky! Cain! Down! Ha! All right! Nice work, team! Megalith fall. Oh. Ja, okay. Oh. Oh. Da ist ein großer. Da ist wieder so eine Falle. Ich werde jetzt gehen. Du bist stark! Beutatlich! Schau mal. Die Begleiter haben wir schon. Die kennen wir schon. Cain! Gell! Die machen wir erst mal weg, genau. Ich werde gehen. Die Suchmode aktivieren. Die Details verkauft. Ich werde gehen. Die 3 1 10 20 50 20 Moment. Da war auch schon ein Break. Egal. Sie hat gut aufgeholt, muss ich sagen. Sie war ja vorher noch Level 103. Aha. Aha. Kann ich alle treffen? Ne, scheinbar nicht. Dabei. Ich könnte es hiermit. Sie sind eher ... Persistent. Ich bin eher gearbeitet. Ich glaube, ich werde helfen. Wie ist es? Wie ist es. Das war nichts für mich, Stats Updating. Wow. Hier seid ihr fix. Wir haben die Vorteile. Können wir die schon? Ja, die können wir schon. Oh, ein bisschen zaubern können wir auch machen, oder? Oh. Das ist jetzt ein bisschen Overkill, aber meine Güte. Der Zauber sieht halt auch immer noch fantastisch aus. Ich bin auf. Kain, Dale! Pumped up. You can't escape. Fire! Engaging. Rionic, activate. Fire! Tarkete eliminiert. Move out. Very well, level up. Attila's. Nice. Offensive Ars. Kritten jetzt mit 60%iger Chance. Und ... 6% Schadens werden als HP wiederhergestellt bei Zaubern. Nice. That'll do it. I'll be keeping that. Rosalia only. Kann das sein, dass die Leute, die man dabei hat, diese Sachen bekommen? It'll do. Oh. Teh. ... Du. 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 D' Du. Wie kannst du... ... ... ... ... Das ist sehr stark, beinahe dich! Wow! Danke! Los geht's! Infernal Hunt! Es ist mein Turnier! Engage! Okay. Okay. Sehr schön. Und da ist ein Break. All for one? And one for all! Everyone! Easy. Weht aber noch ein roter, ne? Yep. Ein roter noch. There! Let's get him! Cain! Dale! Ha! I'm rather worked up. All for... I continue to impress Eve. Der ist da ganz alleine? Aber meine Güte. Machen wir halt. Bewegt dich mal. Wirklich? Okay. Geht doch. Nein! Nicht so hin! Ach, ich glaub's nicht. Okay. Now! Let's go everyone! Very well understood. Excellent work. There! Okay, da komm ich da vorne wieder hin. Da war ich schon. Hier so ne Truhe. Steht hier einfach so rum. Das ist der Ausgang. This will come in handy. Das ist der Ausgang? Schätze ich mal. Heritage Chronicles Volume 2. Hey, Volume 1 überhaupt davon. Wo sind die denn? Ah. Weird. Keine Ahnung, wo die drunter fallen, wenn ich ehrlich bin. Oh, Volume 1 habe ich. Okay. Ah, okay. Verstehe. Das sind mehrere Bücher. Zusammengefasst zu einer Collection. Okay, wir sind einmal rum. Dann können wir den Aufzug nach oben nehmen. We can move on now. We should conserve our strength. It's behind. Oh, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Den nächsten Schatten? Nein, das sieht nach was großem aus. Okay. So, da braucht ein Menge. Wie haben wir denn? Sons of the Dark. Sons of the Dark. Okay, wir haben also drei Stück. Wir haben den Hauptboss da vor uns. Den da. Dann so Benares. Und ansonsten haben wir bei den Kleinen zwei verschiedene Arten. Okay. Ich muss ja echt gucken, wenn ich das hier machen will. Oh. Ist das für mich? Treffe ich drei. Oh, die stehen alle zu weit auseinander. Toll. Das ist ein guter Kombo. Okay, ja, den kleinen Atmer schon und der mittlerer. Okay. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, ich hoffe, sie überlebt das einfach noch, bis Altina dran ist. Aber ich kann, glaube ich, mit Gagel jetzt richtig schön viele treffen. Nice, nice, nice. Dann nutze ich die Gelegenheit mal, mache hier in United hier. Nice, die ersten sind down. Ich bin auf. Kaine. Dale. Ha. Now. Mine. I'm rather worked up. I do believe I'll help myself. wunderbar bleibt nur noch der so hatte ich den schon analysiert hatte ich okay aber doch einfach neuer wie dreist nein nicht so was ich mach mal ein bisschen was defensives hier ja ich habe ich habe ich habe ich habe Ich kann ja versuchen, ihn noch zu brechen. Ich weiß nicht, ob sie das packt. Nein, okay. Ja, es ist mein, er ist Kraft. Jetzt hat Rin alle EP gekostet, aber das ist okay. Die braucht er gerade eh nicht. Ach, Rin ist auch gewanischt. Bye-bye. Bye-bye. Buna va. Oh, kriegen wir noch einen roten? Ah, schön, dann haben wir alle. Jo, und hier ist wieder zu. Da geht's nicht weiter. Okay. Das heißt, wir sind hier auch so weit durch, wie wir durch sein können. Ähm, genau, wir haben hier alles. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Celestial Tree, uns aufheilen und danach Stuff anzielen und restliche Missionen abgeben und so weiter und so fort. Und dann, ja. Executing Recovery Program. So, mal wieder voll. Also, die anderen Sachen, wo wir ja auch was machen können. So, mal schauen, was wir schönes ziehen. So, your blessed future is now available. A day in the lives of the SSRs is now available. Die ganzen Daydreams mache ich dann auch wieder off-screen, sag ich mal, ne, und, ähm, lade die als einzelne Parts dann hoch. Beachside Vacay is now available. Who wants to be a Miran there? Aha. Und hier von noch sieben. I can hang on to it. Uh, das ist natürlich nice. Gladiator Belt. Vielleicht especially für jemanden wie sie. Okay. Ähm, haben wir hier noch irgendwelche nice and curious? Den Stuff kaufe ich mal. Faceplates. Damn, okay. Oh, hier ist die Witch. Nehmen wir mal mit, auf jeden Fall. Und zwar jetzt die ganzen Sachen. Also, das brauchen wir jetzt noch nicht alles. Das ist ja immer verfügbar hier. Für Leute. Wo ist denn Leute? Wo war da hinten? Da. Die Plus One wäre für ihn eine mögliche... Ach, weiß ich nicht. Ist es wirklich nur die Waffe für Leute hier oder? Okay. Aber die hat er. Vielleicht kann ich einfach upgraden. Millennial Trove aktiviert. Blazing Forge aktiviert. So. Ja, kann ich. Schrödinger G Plus One. Ist das Rhin, aber der trägt die gerade gar nicht nach. Der hat ja vielleicht andere, oder? Ich glaube, der hat gerade eine andere. Der hat auch eine andere. Aber da sind so viele. Ich glaube, das lasse ich erst mal so. Okay. Customer Squads. Ne, das ist Modify Open. Da ist das. Als Slots kann man hier vielleicht noch öffnen, weil wir haben jetzt ganz viele. It's a piece. Nicht annähernd genug, aber ganz viele. Ich mache mal alles vor. 150 und vielleicht auch 300. Ich denke, das ist eine gute Idee. Machen wir das gleichmäßig. Jetzt wird es schon eng hier. экSon mean. Ich hoffe, das ist ein빙. Okay, ich glaube, da haben wir jetzt. Was nehmen wir ihm das noch? Ja, da reicht es schon nicht mehr. Okay. Dann soll das reichen für jetzt. Ich gehe noch mal runter. Wegen Missionen und so. Wegen Missionen, wir hatten hier was fertig. Was ist da? Eonian Emperor. Das ist ein Lost Arts, oder? Ja. Ja, genau. Das heißt, die können nur in dieser Slots mit diesen Zeichen, also wo nur bestimmte Elemente rein können, können die nur rein. Außerdem müssen die dafür aufgewertet sein, die Slots. Ist hier noch was? Oder warum ist da ein... Ja, Tatsache. Okay. Und Phantasmus Shards. Mini-Missions, definitiv eine mehr. Das ist okay. Das kann so bleiben. Und komm. Ein Support-Slot mehr. New Master Missions Added. Mini-Missions Updated. Cool. Okay, haben wir komplett neue jetzt. Whatever. Wir sind jetzt hier gerade erst durch. Und hier haben wir auf jeden Fall keine, die jetzt fertig ist. Gut. Da haben sie jetzt einfach George reingesetzt. Was soll das denn? Nehmen wir sie lieber, damit sie XP bekommt. Sie kann da jetzt ja wieder raus. Moment, ich müsste hier eh für eine Mission mitnehmen. Ach, lassen wir das erstmal so. Und beim nächsten Mal können wir uns wieder drum, wie wir mitnehmen. Das ist, glaube ich, am smartesten. Können gegen George spielen. Spielen, aber ich glaube, der läuft nicht weg. Ha. Okay. Gut, dann speichere ich hier. Und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wer es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und beim nächsten Mal werden wir dann diese Saria hier wieder verlassen. Schätze ich mal. Und ja. Ich schätze, wir spielen die Story mit Cielan weiter. Weil das ist am interessantesten zur Zeit. Gut. Aber das war's von meiner Seite. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Oder bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.